Musik Wir als studentische Unternehmensberatung geben Studierenden schon in jungen Jahren die Chance, ihre innovativen Ideen und Fachkenntnisse in Unternehmen einzubringen. Hanseatic Consulting fördert und fordert seit über 20 Jahren motivierte und engagierte Studierende aus verschiedensten Fachbereichen. Dies geschieht auf der einen Seite durch die Durchführung vielfältiger Beratungsprojekte und auf der anderen Seite durch die attraktive Vereinsarbeit, die mehr als 50 Mitglieder jährlich gestalten. Während meines Studiums habe ich wirklich mehr Zeit bei Hanseatic Consulting als an der Uni verbracht, weil es mir unglaublichen Spaß gemacht hat und habe dann bei Hanseatic Consulting auch meine Mitgründer kennengelernt, unsere ersten Kunden und Investoren gefunden. Und ich glaube, ohne die Erfahrung aus den ungefähr 40 Beratungsprojekten hätte ich mir unsere Gründung in der Form nicht zugetraut. Bei all der Arbeit darf auch das Vereinsleben nicht zu kurz kommen. Denn nur gemeinsam ist es möglich, die Segel auf Erfolgskurs zu setzen. Was mich an Hanseatic Consulting begeistert hat, ist, dass man sich so früh einbringen kann und Verantwortung übernimmt. Vor allem wegen der flachen Hierarchie. Ich kann es jedem empfehlen, der neben dem Studium wirklich etwas bewegt möchte. Hanseatic Consulting bedeutet Erfahrung und Innovation. Ein großer Mehrwert für Studierende und Unternehmen, denen wir erfolgreich neue Perspektiven eröffnen.